sehr gut von Hopelern von wir am Lernen von ich lerne von einem was steht denn heute an gut und gerade schießen benutzt diese das sind eure ihr solltet wenigstens eine halbe Chance hat sie sich selbst mit beleidigt nein ich kann unter Druck nicht arbeiten aus dem Stand kann jeder Ziele treffen mal sehen wie es im Laufen ist jetzt muss ich echt zu den ganzen scheiß Weg dahin laufen ja willst du mich verarschen hoch da ganz normal dann ist das nicht leer das ist einfach nur ja mach mal muss nachladen nachladen n die Zeit läuft ab easy gut gemacht ihr macht das sehr gut lasst euch bloß nicht aufziehen sie meinen es gut auch wenn sie es nicht zeigen wenn die mit mir ins Bett springt ist mir alles scheißegal so jetzt lernen wir tanzen oder was so jetzt lernen wir tanzen oder was wir tanzen oder was sind naja hoch so ich muss natürlich gucken welcher ist aus Butsch heraus, der ist aus dem Busch heraus, oder? Denk nicht einmal daran so wer ist denn hier im Busch? Da ist ein Busch! Hör auf da rein zu jumpen jetzt! Nein, ich war überaus Ihr seid in der Tat viel besser geworden, Shay Lass es euch nicht zu Kopf stellen Auf keinen Fall! So, jetzt gehen wir zu den Indianern Kisakawaza oder sowas Shay, folgt mir Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an Vielleicht, aber ich kann euch mehr lehren Dann lass uns mal hopp hier Ja Genau so Verstehst du das? Du musst da hochrennen Ist nicht schaffend, nochmal da hochrennen Und somit kannst du keine Shantys kriegen Nur, damit du jetzt schon mal weißt, wie du nichts zu was hinkriegst Dank nochmal So Boah, ich will keine Männer stöhnen hören Was ist los, Alter, Mann? Ich bin fast schneller als du Ja, das ist so geil Es wird Zeit für die Jagd Hier, was will ich machen Hi Mein Lauge, verdammt, sehe ich nicht Da hoch springen Da einspringen Ab 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 Super Super, Baum Jetzt luft Atten da In your face In your face Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt Ne Okay Hey Gut Jetzt benutzt Das Firelane Was war's denn jetzt? Okay Drücken mal Anfertigung Pistolenholster Bestätigen Halfter, Halfter, Halster Das gleiche Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch Achilles muss euch noch etwas zeigen Achilles, 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 Achilles Achilles, Achilles Ich hab eben gerade, ohne Witz Wir haben eben gerade Happy Feet geguckt, ne? Boah, das ist harter Tobak, Alter Mal ohne Witz jetzt Da ist ja richtig kirre bei Da muss man überlegen, das ist ab 6 Jahre oder sowas ist das? Ab 0 Ab 0 Ich hab's vorhin nochmal nach Jetzt mal ohne Witz, ey Das ist richtig harter Tobak, aber es ist auch gut Von der Idee her Von der Aussage her Finde ich mega sweet Also da, also wenn Kinder das gucken, ey, die verstehen das noch nicht so wirklich richtig Uh, ich kriege Plätze angeboten Mh, 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 mh Verlorene Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück Verlorene? Die Templer starren zwei wertvolle Artefakte Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles weitere obliegt euch, mein Freund Lebt wohl, Adebade Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr Pech, leider waren So Können wir hier irgendwas tolles machen? Nö Perfekt Das heißt, wir gehen zu unserem Schiffi In den Morrigan Ein kleines Waldspaziergängchen hier Perfekt Ich bin ein Assassine Ein Kämpfer der Nacht Ein unbesiegbares Individuum Und ich kann nicht durch Bäume laufen Du meinst an Bäume vorbei Durch Bäume kann keiner laufen Doch Wer denn? Alle Die einen konnten eben gerade durch den Baum durchgucken und mich sehen, ja? Mhm Also Kann auch bestimmt durchlaufen Hintergehen habe ich gerade gelesen, auf jeden Fall Jetzt kommt's später Wohin? Wo uns die Templer-Sache hinführt Liam Seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht? Wir wählen unser Schlachtfeld selbst Und hey Sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr Setzen wir Segel Das sieht irgendwie so total Künstlich aus Immer ganz ehrlich Das sieht so Sieht so hart aus Das ist nicht so weich oder sowas halt, ne? Richtig hart Das wäre so eine Aufstellfigur wäre Ach, meinst du so wie unser Krauner? Nein, das ist Pappe Die sind nicht hart Das sind Aufstellfiguren Äh Wir haben nur eine Spur, Shane Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten Also betreute Achilles euch mit der Mission Nein, ich soll euch damit betrauen Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shane Findet die Vorläufer-Schaktulle und das Manuskret Das ist eure Mission Ich muss beobachten Oder so Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shane Tut dies schön, für uns Und ihr gewinnt viel mehr als vertraut Wir Wisst ihr was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro Über seinen Papieren Er macht Notizen und schreibt Studiert das wenige Wissen über die Gegensplitter Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt Natürlich Liam Ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt Jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo verkauft bin? Worte des Lieblingssohns Connor ist dein Liebster und einziger Sohn Danach Hilles Erbe Connor mag das Haus erben Ihr werdet Mentor Abwarten Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen Hätt mich noch einmal so Ich werfe euch ins Meer Dann hat aber keiner mehr das Schiff hier Führt So, können wir jetzt mal ein bisschen Gas geben hier Musst du aufpassen, die können wir da auch runterfallen, dass Milch um passiert Das ist mir auch egal Boah Gott Abwärts, auf gehts Mö hablar Strait durch Ja Dann kannst du nicht sagen, du hast die Zappel gebrochen Ich was meine Ich würd eigentlich Ding jetzt mal machen, nur gucken wird eigentlich nur mit dem fernklass gucken aber anscheinend haben wir kein fernklass haben wir mal mit dem steuerkreuz jetzt okay wir sind gerade mal mit einer stufe 4 schon auf einer ebene ja ja ist gut jetzt ist gut 5000 kanonen zu haben doch noch mal endlich ist er dauernd meine fresse gast jetzt es ist mein fjord was mich in Ruhe ich schließe sie angenommen n es schiff kriegen hier schweine nötigen Penner da die ganz schmeidig ich können mission starten alter die geht es noch gut war ja wohl nicht ich bin da nur angelaufen was sind jetzt schon wieder was war das denn jetzt wieso fliegt der 5000 kilometer als ob du jetzt da an diese ecke schießen könntest du kleiner nichts nutzt du miserabel stück scheiße fresse jetzt du lebst ja noch ich nicht mehr ich bin da nur stehen geblieben der schubst mich voll krass weg mag ich gar nicht so was bisschen mehr respekt und liebe zur weihnachtszeit hier hatte scheiße so warte mal fällt ja auch nicht die klingen verwendet sein sondern so mehr du schwein naja neue die beiden auf einen leiter drüber war das war noch einmal meine Leute ich war nicht wichtig du Lappen du werdet ihnen schönes Ding alles niedermähen schnauze jetzt endlich schnauze schnauze du dummes arsch